Hallo zur neuen Folge von Let's Show Minecraft. In der letzten Folge haben wir hier abgebaut. Und ich bin auch wieder dabei. Der wird jetzt erstmal ein paar etwas länger hierbleiben, weil wir leben schon sechs Folgen am gleichen Tag auf. Das ist die sechste Folge außerdem. Ja. Die sechste Folge an diesem Tag. Das ist gerade die elfte Folge, die wir schon aufnehmen. Ja. Also wird er erstmal ein paar Folgen hierbleiben. Ich werde dann auch ganz viele Folgen runterladen. Kennt ihr doch. Ja. Wir werden es versuchen so gut zu machen wie Kronk. Wir wollen jetzt nicht gerade genauso rüberkommen wie Kronk. Aber wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Also nicht wundern, wenn ab und zu mal was kommt, was so in die Nähe davon geht. Nicht, äh, ihr könnt ruhig schreiben, das ist von Kronk geklaut, das macht mir nix aus. Aber ich hab immer noch nix gefunden. Ach, was ich schon, die, was, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Ah, das muss die Treppe wieder hochgehen. Wir müssen da mal einen Fahrstuhl bauen. Na, wie denn? Wir müssen mal einen Fahrstuhl machen. Ja, das wär ja mal was Geiles. Ich wüsste schon, das hab ich mal auf YouTube angeguckt, wie man so einen Fahrstuhl baut. So mit Erde ganz hoch in deinem Wasser rein. Aha. Du musst auch rechts schicken. Ich weiß, ich mach was. Das war jetzt nur so zum Spaß. Ach, Eisen, genau. Ich sag, kann ich mir mal ne Rüstung bauen. Ich brauch noch 4 Eisen oder 8 Eisen. Ich nehm nur... Du hast ne goldene Hose. Mit Boxershort. Du, 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 cool. Ich bin ne Gold, Junge. Die goldenen Hosen stehen mir ganz gut. Na, wie immer, der Goldhosenträger. Nein. 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 Also so ne Goldhose würde ich auch nicht gerne haben. Guck mal nach hinten. Ihhh. Jetzt sieht man den Arsch hier. Das ist so ne Latzhose. Ja. So wie beim Schmied immer. Die meisten wissen, warum ich den Herbind Skin habe. Ja, ich auch. Ich hatte ein Tutorial, wie man Skins sich holt, aber leider nur für die Premium-Version, als nicht für die, die es nicht gekauft haben. Ich könnte aber noch eins machen für die, die was gekauft haben, die es selten nicht gekauft haben, könnte ich noch ein Tutorial. Da draußen steht ein Skelett. Oh, stopp, stopp. Ha. Loser. Ha, ha. Loser. So kleiner Loser da. Das ist kein Spast. Das sind Romo. Romo. Spast heißt ja geiles Hähnchen. Kennen wissen wir ja alle schon. haben wir ja in der letzten Folge gesagt mit 7 1 kann sie ja schon einen Teil der Rüstung bauen ja, aber ich will mir gleich so einen Brustpanzer bauen hm, ich weiß gar nicht, wie die ja, ich weiß gar nicht, wie die aussehen die Brustpanzer in diesem Tech-Shop-Pack weiß ich gerade auch gar nicht oh, schick sieht aus wie eine Diamantenrüstung schickimicki na, so geil sieht sie jetzt auch nicht aus richtiger Bauchschutz sieht auf jeden Fall schon mal besser aus guck mal hier, guck mal auf den Bauch ich hab ein Six-Pack ne, no, what ach, die Folge ist schon seit 20 Sekunden zu Ende ah, passen wir ja immer also gut, bis dann und zum nächsten euer Elias Martin und und Lukas ciao